Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario & Luigi Paper Jam Bros. Im letzten Part haben wir gegen alle sieben Kooperlinge auf einmal oder hintereinander gekämpft, wie auch immer. Und auf jeden Fall, das war nicht ganz so toll, denn wir haben da unseren ersten und bisher auch einzigen Game Over leider erleben müssen. Was mich immer noch wirklich sehr, sehr ärgert, aber ja, was soll ich machen? Wir haben auf jeden Fall auch einen neuen Auslösungsgegenstand bekommen, den ich mal kurz jetzt antesten will. Und zwar, der dürfte ziemlich heftig sein. Es handelt sich nämlich hierbei um den Goldhammer. Oh ja, erhöht deine Kraft abhängig von der Anzahl an Münzen in deinem Besitz. Und zwar würde die Angriffskraft um 74 steigen im Vergleich zum Start, wenn man bloß den Mario gerade hat. Also er hat zwar nur eine Grundstärke von 30, wie wir hier sehen können, aber eben da wir so viele Münzen haben, können wir nochmal kurz gucken, wie viele Münzen haben wir gerade. 121.000, da wir so viele Münzen haben, ist der so immens stark. Und deswegen wird den auf jeden Fall auch gleich Luigi bekommen, weil er ist ja unser Hammer-Experte. Und deswegen tue ich bei ihm dann den Shockhammer Plus raus. Das, das, äh, ich meine, der Shockhammer ist zwar, der hat zwar einen Effekt, einen tollen, dass ich eben Papiergegnern mehr Schaden machen kann, das stimmt schon. Aber ihr könnt sehen, der Angriff wird um 60 erhöht bei Luigi. Und das ist es mir wert, deswegen er kriegt auf jeden Fall den Goldhammer. Es wäre cool, wenn es auch noch Goldstiefel geben würde, aber da bin ich mir gar nicht mehr sicher, weil in, äh, Dream Team Bros gab es keine Goldstiefel. Da gab es da auch Goldhammer und auch eine Goldhose. Die Goldhose hat ja Mario, genau. Aber Goldstiefel gab es da nicht und deswegen gibt es die vielleicht hier auch nicht. Keine Ahnung. Müssen wir mal noch gucken. Und auf jeden Fall, wir könnten jetzt schon, ich könnte schon direkt da nach vorne zum Final Boss gehen, wenn ich denn wollte. Das würde ich aber noch nicht machen, denn jetzt kommen erstmal noch ein paar Nebenquests in den nächsten Parts, habe ich ja schon erzählt. Und bevor ich jetzt aus Bossesfestung rausgehe, möchte ich noch was anderes machen, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist. Und zwar, ich möchte noch ein paar Kämpfe machen gegen ganz normale Gegner, denn ich will noch ganz gerne das nächste Level ab erreichen, weil wir dann nämlich noch den letzten Rangaufstieg, also, ja, es müsste ja der letzte Rangaufstieg, glaube ich, schon sein, den wir dann noch bekommen werden. Den möchte ich noch ganz gerne jetzt mit euch gemeinsam, äh, kurz in diesem Part versuchen zu bekommen, indem ich jetzt noch eben gegen ein paar normale Gegner kämpfe, was aber schon ganz gut möglich sein sollte, denn ich habe nochmal nachgesehen, also Paper Mario braucht noch am meisten. Der braucht noch 8000 Erfahrungspunkte und dann hat auch eher, ähm, das nächste, hier sind keine Gegner mehr leider, ne, okay. Dann hat auch eher das nächste Level ab erreicht, also wir brauchen nur in Anführungszeichen 8000 Erfahrungspunkte und schon haben wir es geschafft. Das war schon ziemlich viel, aber sind hier Gegner? Ja. Äh, aber das ist nicht so schlimm, weil, ähm, die Gegner hier, die geben ja insgesamt 1800 ungefähr und wenn ich meine Erfahrungskarten gut einsetze, dann kann ich das verdreifachen, deswegen, wir haben schon ganz hohe Chancen jetzt hier relativ schnell, äh, auf 8000 Erfahrungspunkte zu kommen. Das ist ein bisschen komisch, dass ich das jetzt hier mit euch gemeinsam mache, aber ich will das auch nicht off-skin machen, da jetzt irgendwie noch ein bisschen leveln und dann euch nur den Rangaufstieg zeigen. Ich will das schon mal kurz, kurz gemeinsam mit euch machen, das dürfte auch nicht zu lange dauern. So, erstmal doppelte Erfahrungspunkte, äh, blöde, nicht doppeltes, sondern 50% mehr Erfahrungspunkte in Münzen. Ähm, das Problem ist, dass Paper Mario die auf jeden Fall nicht alle killen kann mit einer einzigen Attacke. Ähm, ich will, ich will am besten es wieder so machen, wie ich es beim letzten Mal auch schon gemacht habe, also die beiden Kettenhunde vorher mit Mario mit einem Trio Rad treffen. Das ist, glaube ich, das Beste, dass die beide schon geschwächt sind, ähm, obwohl ich kann, ich kann auch vielleicht versuchen, die mit Sprungattacken zu schwächen, aber das wird wahrscheinlich nicht ganz, obwohl, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ne, ich glaube, ich werde es sogar mal so machen, dass ich die mit Sprungattacken sogar schwäche, weil ich habe Angst, dass ich bei dem Rad dann sogar die töten könnte, wenn ich einen tollen Treffer lande. Deswegen, ich mache einfach mal erstmal einen Sprung auf den, wie viel Schaden macht denn das dem? Ich glaube, es macht nicht wirklich viel, ja, das ist schon richtig. Aber, ja, ein bisschen, was ist es dann doch schon? 66 immerhin, naja, gut. Sondern erstmal ausweilen, da toll. Oh nein, ja, okay, das war knapp. Der Angriff ist echt, ich hasse den Angriff wirklich so sehr. Habe ja schon, glaube ich, ein paar Mal erwähnt, so irgendwie. Okay. Und nimm das, okay. Gut, der normale Kettenhunde hat jetzt schon ziemlich viel Schaden genommen, auch mit dem Konter, auf jeden Fall. Deswegen werden meine beiden anderen Angriffe jetzt noch auf den normalen Papierkettenhund gehen. Mit Luigi einmal mit dem Goldhammer jetzt. Und bam. 93 Schaden, toller Treffer, sehr cool. Und Mario mit dem Sprung dürfte den aber, glaube ich, dich drehe ich auch mal um, dürfte den, glaube ich, aber auch noch nicht töten. Ich glaube, das wird er noch überleben, ziemlich sicher. Deswegen ein normaler Sprung. Oh Gott, ja, okay, 100 Schaden, schon, aber es reicht aus. Also, er hat nicht überlebt, das mache ich damit. So, jetzt die Karte hier benutzen. Doppelte Erfahrungspunkte entmünzen. Also, nochmal, wenn wir kurz rechnen. Die Kettenhunde geben ja beide 600 Erfahrungspunkte und der Scheiger 550. Also, insgesamt 1750. Und Meteorit. Und mit meiner Kombo hier kann ich das ja verdreifachen. Deswegen werden wir dann über 5000 Erfahrungspunkte durch diesen einen Kampf jetzt bekommen werden. Und danach müssen wir noch ein oder zwei weitere Kämpfe machen und dann haben wir es eh schon. Deswegen, wie gesagt, das ist dann jetzt doch relativ schnell hier. Also, es hört sich nach viel an. 8000 Erfahrungspunkte. Aber eigentlich ist es wirklich nicht viel. Eben weil wir mit unserer tollen Kombo mit den Erfahrungskarten so viele Erfahrungspunkte bekommen können. Voraussetzung ist natürlich, dass die jetzt alle hier sterben. Das ist schon richtig. Aber die Kettenhunde sind stark geschwächt und der Scheiger hält eh nicht viel aus immer normalerweise. Deswegen, ich bin mir ziemlich sicher, dass die jetzt dann schon alle abkratzen dürften. Also, doch. Ich denke, ich denke mal schon. Vor allem, wenn ich die jetzt alle immer hier schön treffe. Was mir auch bisher super gelungen ist. Perfekt. So, und dann jetzt noch mit dem Ultra-Fetten. Ja, alle wieder in die Mitte treiben ein bisschen. Aber, also, ich glaube, die wären theoretisch sogar jetzt schon tot. Aber vielleicht ist es so, dass, weil das ja quasi nur ein Gegner ist, gegen den wir kämpfen, dass die da alle nicht zerstört werden können. Hier schon beim Meteoritenangst, dass die nicht alle in Schnipsel zerfallen oder so. Keine Ahnung. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die jetzt alle gestorben sind. Wir gucken mal. Also, ich hoffe es zumindest. Es wäre blöd, wenn die jetzt noch überleben würden. Ja, alle gestorben. Perfekt. Wir kriegen mega viele Münzen. Und, pass auf, 5250 Erfahrungspunkte. Sehr schön. So, Mario hat schon das Level-Up erreicht und hat damit den letzten Rang erreicht. Ich denke mal, dass es der letzte ist, wie gesagt. Und es ist Regenbogen-Rang vielleicht oder sowas? Ja, Regenbogen-Rang. Okay, das war es auch schon in Abenteuer-Bose und Dreamteam-Bose, glaube ich. So, und ich darf wieder was aussuchen. Gut, jetzt muss ich überlegen. Also, ich weiß, vielleicht ist es auch so, dass man hier jetzt auch zwei Sachen auswählen kann. Das war nämlich im Dreamteam-Bose, außer beim letzten, dass man da zwei Sachen auswählen konnte. Also, die oberen hier alle will ich eigentlich nicht wirklich machen. Sternpunkt-Delibed plus 10. Vielleicht, aber eigentlich auch nicht wirklich. Hammerheld auch nicht, weil das hat schon Luigi. Konter-Experte konnte, also nur jetzt auf Konter zu setzen, finde ich auch Schwachsinn, deswegen ne. Pilzgummi auch nicht. Kraft und Glück, tolle Treffer für unseren doppelten Charme. Das wäre vielleicht ganz cool, weil tolle Treffer halt schon jetzt häufig vorkommen auch. Blitzheimung verdoppelt die Wirkrankheit von Heil-Items, ne. Und, äh, stimmt, Kampfkarten-Sonderangebot. Der Einsatz von Kampfkarten kostet eins weniger. Also, das ist auf jeden Fall sinnvoller als Sternpunkte plus 10, denke ich mal. Ähm, deswegen... Ah, ne, warte mal, okay, schnelle Items, ist das neu hinzugekommen. Nach 1, äh, nach Items, bleibst du... Ah, ne, okay, das gab's auch schon, ja. Wir bleiben am Zug nach dem Item, aber... Ähm... Dann werde ich vielleicht mit Mario das hier nehmen, mit Luigi. Ich weiß nicht, was soll ich... Eigentlich wäre Kraft und Glück natürlich für Mario besser. Ähm, weil er ja eh mehr Schaden macht, auch mit tollen Treffern. Deswegen, ich mach mal Kraft und Glück hier, glaube ich. Oder? Tolle Treffer mit doppelten Schaden, das ist... Oder? Ich weiß nicht sicher. Aber das Problem ist, dass jetzt die ganzen restlichen Dinge hier nicht mehr alle so mega nützlich sind. Also, die ganzen guten sind eigentlich schon weg. Also, die wirklich allerbesten zumindest. Ähm, ne, ich mach, glaube ich, Kraft und Glück. Weil Luigi muss mir dann ein bisschen mehr einfallen lassen. Darf ich noch einen weiteren erhöhen, vielleicht? Darf ich, ja. Bitte wähl ja einen weiteren. Okay, genauso wie in Team Cheap, du hast auch. Ich darf nochmal einen auswählen. Okay. Ähm... Und es ist aber kein Neuer hinzugekommen. Dann nehme ich jetzt vielleicht mit Mario das Kampfkartensonderangebot. Weil das ist schon ganz cool, wenn die... Also, wenn wirklich alle Kampfkarten eins weniger kosten, das ist schon sehr nützlich auf jeden Fall. Denke ich. Und deswegen werde ich, glaube ich, das hier mit Mario da noch zusätzlich nehmen. Mit Luigi. Welch dann wahrscheinlich auch. Ich meine, bei ihm wird es ja auch so sein, dass ich eben auch zwei Sachen wählen darf. Als Rangboni. Äh, oder als Rangbonus. Und mit Luigi werde ich dann wahrscheinlich auch das wählen. Das doppelte Treffer... Äh, blödsinn. Das tolle Treffer doppelten Schaden machen. Und dann halt noch was anderes. Vielleicht wird das andere, was ich dann noch wähle, dann sogar wirklich sein. Dann doch das mit dem Sternpunkt-Lemble plus 10. Muss ich mal noch gucken. Und bam. Okay, gut. So. Äh, jetzt habe ich halt keine Erfahrungskarten mehr. Aber ist eigentlich nicht so schlimm. Ich glaube, den werde ich jetzt sogar einfach normal killen. Ähm... Ja gut, ich sollte aber schon darauf achten, dass ich ein bisschen... Äh... Ja, ich weiß nicht sicher, was ich tun sollte. Ich will eigentlich schon die alle gleichzeitig einigermaßen killen. Deswegen mach mal einen Hammer. Ja, obwohl Hammer ist eigentlich blöd, weil... Der Scheiger wird viel, 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 viel schneller sterben als die Kettenhunde natürlich. Das ist ja logisch. Die Kettenhunde haben mehr KP und eine viel höhere Verteidigung. Deswegen, ich sollte schon primär auf die Kettenhunde auf jeden Fall gehen. Deswegen mach mal einen Hammerangriff auf dich. So. Und bam. 93 Schaden, nicht schlecht. Und einen, okay, Erfahrungskarte schon bekommt. Und einen Sprungangriff dann auf dich. Denn damit beide schon mal hier 100 Schaden ungefähr... Wow, heftig. 75 Schaden durch einen tollen Treffer auf den Kettenhund. Das ist schon echt heftig, finde ich. Aber ist ja auch gut so. So, wir gucken wieder. Okay, eins. Von hinten kommen sie. Zwei. Drei. Und vier von hinten. Bam. Okay. So. Ja, die Kettenhunde haben jetzt schon einiges an Schaden genommen. Deswegen, es könnte sogar wieder vielleicht ausreichen, wenn ich eine bestimmte Attacke mache. Die Erfahrungskarte will ich jetzt gar nicht benutzen, weil ich die nicht kombiniert habe mit der... Obwohl, will ich... Ich weiß nicht sicher. Obwohl, ja. Ich meine, wenn ich die jetzt benutze, ich kriege doppelte Erfahrungspunkte. Dann hätten wir es eigentlich schon. Nee, ich werde die jetzt dann doch benutzen sogar. Und ich hoffe, dass ich die killen kann. Ich meine, das ist diesmal jetzt ein bisschen enger, weil ich jetzt den beiden Kettenhunden nicht so viel Schaden gemacht habe, wie im vorherigen Kampf. Deswegen, es wird jetzt ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ausreichen wird. Ist jetzt hier ein Schuriken? Ja, nee, eigentlich nicht. Nee, ich glaube, Meteorit ist schon immer noch die sinnvollste Wahl. Und übrigens mit Paper Mario werde ich dann nochmal bei seinem Rangaufstieg ein bisschen andere Sachen machen. Weil er hat ja noch ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall noch mit ihm machen will. Zum Beispiel, dass die Beep-Plützen, dass die Spezial-Attacken halt nur noch die Hälfte an Beep kosten. Das habe ich ja mit ihm noch nicht gemacht, aber das will ich auf jeden Fall noch machen. Weil Mario und Luigi, die haben das eben schon bekommen mittlerweile. Und ich möchte auch, dass Paper Mario das noch bekommt, für die Kampf-Arena dann zum Beispiel noch. Dass wir da immer schön, schön viele Paar-Attacken und auch Trio-Attacken eben raushauen können. Und es dann niemals Sorgen machen müssen, dass wir einen Sirup benutzen müssten oder so. Weil die eben nur noch die Hälfte kosten an Beep. Ich glaube, das ist dann schon etwas sehr Sinnvolles, denke ich. Und dann kann ich aber mit ihm vielleicht auch noch Kraft und Glück nehmen, dass eben bei ihm auch die tollen Treffer doppelt so wahrscheinlich... Äh, blödsinn, nicht doppelt so wahrscheinlich werden, sondern doppelten Schaden machen oder so. Muss ich mir noch überlegen. So, und zack. Ich hoffe, dass es ausreicht. Oder zumindest, dass ich... Also der Scheiger wird auf jeden Fall sterben. Und dass ich noch vielleicht einen weiteren Kettenhund getötet habe. Am besten natürlich beide. Wenn ich gar keinen von denen getötet hätte, dann wäre es jetzt ein bisschen eine Verschwendung gewesen. Wir gucken mal. Ne, alle sind tot. Gut, dann haben wir jetzt schon die 8000 Erfahrungspunkte bekommen. Also ihr seht, ging ja eigentlich ganz schnell. Ja, und damit haben alle ihr Level abbekommen noch, die noch fehlten. Und jeder aus unserem Team hat den höchsten Rang, den Regenbogen-Rang, somit erreicht. Erstmal auch Luigi, yay! So, da kriege ich erstmal dasselbe wie Mario, nämlich auch Kraft und Glück. So, das nehme ich ohne zu überlegen. So, jetzt muss ich aber ein bisschen mehr überlegen als gerade eben. Also hier, die ganzen Dinger sind natürlich kompletter Schwachsinn, weil wir nicht mehr so viele Level-Ups erreichen werden. Das ist kompletter Käse. Profispringer nicht, Konter-Experte nicht, Pilzgummi nicht, Blitzheilung nicht. Schneller Item auch nicht. Ne, der Rest ist alles Käse. Dann werde ich doch noch das mit dem Sternenprobleme machen. Das ist zwar auch nicht so nützlich, weil ich meine, es ist so, dass jetzt eh, ja, das nur noch die Hälfte, äh, nicht die Hälfte kostet, aber halt eins weniger kostet mit unseren ganzen Karten. Und zusätzlich ist es auch noch so, dass wir jetzt mehr Sternenpunkte haben. Also wir werden jetzt nie mehr irgendwie da Probleme bekommen, auf jeden Fall. Ähm, aber ich nehme es trotzdem einfach mal, weil ich ansonsten, weil der Rest noch schlechter ist, ehrlich gesagt. Deswegen nehme ich dann einfach noch das. Er kriegt nur Einser leider, aber na gut. So, und bei Paper Mario haben wir jetzt noch ein bisschen mehr zur Auswahl, was ich jetzt eben noch nehmen will. Da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen mehr Gedanken machen, was ich denn bei ihm auswählen will. Ich denke mal, er hat auch nichts Neues hinzubekommen. Oder vielleicht auch doch, keine Ahnung, kann ja sein. Mehr oder nicht, okay. Was hat jetzt eher noch alles? Also hier, das ist natürlich alles Quatsch wieder. Profispringer, Hammerhilfe ich bei ihm ja nicht machen. Ich will, dass er ausgeglichen ist. Konter-Experte auch nicht. Pilzgummi auch nicht. Kraft und Glück vielleicht, ja. Blitzheilung, nein. Locker, Brüder. Trio und paar Attacken kosten nur noch halb so viel. Das will ich, glaube ich, machen. Er ist schnell Kopie. Ah, stimmt. Nach Einsatz des Kopierblocks bleibst du ja am Zug. Das ist natürlich auch cool. Das ist natürlich auch cool. Ähm, weil ich habe ja jetzt mittlerweile den Kopienarmreif nicht mehr drin, weil der Glanzring besser ist. Obwohl, vielleicht werde ich sogar für die Kampfarena dann einfach wieder den Kopienarmreif reintun, weil der ist ja eigentlich sinnvoller natürlich für die Kampfarena als der Glanzring. Aber Schnellkopie ist schon trotzdem etwas richtig Cooles, weil wir laufen jetzt schon, ich meine, jetzt gerade hat er, glaube ich, auch wieder nur sieben Kopien oder so. Und wenn ich halt dann, ich meine, das ist echt was Blödes, weil ich mag das ganz ungerne, wenn ich den Kopierblock aktivieren muss und dann eine Runde hergeben muss. Deswegen, ich glaube, ich mache sogar das tatsächlich. Ja. Vielleicht will ich dann bei ihm das mit den tollen Treffern nicht machen. Weil, ich meine, die Trio-Attacken, ich meine, der Meteorit kostet 15 und das ist mir ein bisschen zu viel irgendwie. Äh. Ich meine, ah, Kraft und Glück ist aber schon auch cool, ne? So ist es nicht. Aber ich meine, die tollen Treffer geben ja eh schon den 1,5-fachen. Und der Doppelte ist jetzt kein so großer Unterschied mehr und es kommen ja nicht jedes Mal tolle Treffer, deswegen... Ne, ich mache dann noch mit ihm, ähm... Hier, wo ist es? Äh, wo war es? Jetzt finde ich es nicht mehr. Äh, hier, Lockerbrüder, genau. Ja, mache ich das noch. Okay, gut. So, alle Rangboni haben wir willkommen. Unsere Charaktere sind jetzt mega stark. Und wir sind gewappnet für dann noch die letzten Kämpfe aus der Kampfarena. Wenn wir schon vielleicht mit ein paar in diesem Part anfangen. Wir haben uns immer noch überlegen. Gut, ihr habt gesehen, also, es ging ja jetzt wirklich relativ schnell, hier die 8000-Erfahrungspunkte zu bekommen. Eben weil wir... Komme ich da hoch? Natürlich nicht. Äh, eben weil wir unsere super tollen Karten haben. Also, mit den Erfahrungskarten kann man schon wirklich einiges anstellen. Muss ich jetzt... Ne, ich habe keinen Bock auf den Borger. Ich habe jetzt den Papierflieger ausgewählt. Dann will ich es jetzt auch so schaffen. So, und hoch da. Na, also. War doch gar nicht so schwierig. So. Dann ist es wieder zurück zur Röhre. Ähm, denn hier ist ja auch eine Warbröhre in Bosses Festung da oben nämlich. Wo wir gerade eben am Anfang des Parts noch standen. Und, ähm, jetzt muss ich überlegen, äh, was wir jetzt am besten machen. Also, ich will am besten natürlich jetzt zu einem Lakitu-Info-Zentrum. Ich weiß gar nicht genau. Also, vielleicht können wir sogar auch noch ein paar, ähm, weitere Missionen machen. Denn wir haben ja hier in Bosses Festung noch ein paar Missionen gehabt als Bosskämpfe. Also, so Missions-Bosskämpfe, halt so Minispiel-Bosskämpfe eben. Und vielleicht gibt es zu denen, nicht nur vielleicht, sogar ziemlich wahrscheinlich wird es bei denen auch noch, denke ich mal, schwierige Varianten geben. Und die will ich natürlich auch noch machen. Das ist klar. Deswegen, ein bisschen was haben wir sogar dann schon noch zu tun. Aber wir gucken erst mal. So, wo ist denn ein Lakitu-Info-Zentrum bei welcher Röhre in der Nähe? Ähm, ich glaube, diese Röhre ist direkt bei einem Lakitu-Info-Zentrum, stimmt's? Genau, perfekt. Okay. Ist ja auch egal, wo ich hingehe. Übrigens nochmal kurz hier zur Sammlung. Also, uns fehlen ja jetzt immer noch vier Blöcke in Bosses Festung, wo ich keine Ahnung habe, wo die sind. Und ein Block in der Wüste, wo ich schon weiß, wo der ist. Und ohne fehlen uns noch drei bei den Triple-Truppen, wo ich auch schon weiß, wo die sind. Und die werde ich euch dann mal in einem der nächsten Parts irgendwann mal reinschneiden einfach. Wenn ich auch dann... Ich werde mir dann auch nochmal offscreen umgucken in Bosses Festung und da nochmal nachschauen, wo da die vier vergessenen Blöcke sind. Ich meine, vier Blöcke ist schon eine Menge. Also, ich weiß gar nicht, ob die alle auf einem Haufen sind oder ob ich sogar zwei Orte vergessen habe und an jedem dieser Orte sind zwei Blöcke. Also, dass ich sogar zwei Orte verpasst habe, wo Blöcke sind. Das ist komisch, finde ich. Naja. So, du hast wahrscheinlich keine neuen mehr, denke ich mal. Naja, genau. Aber du hast bestimmt neue, oder? Mit schwierigen Versionen. Hallo, ihr seid der richtige Missionsspezialisten. Ich habe da eine kleine Aufmerksamkeit für alle eure harte Arbeit. Weiter so. Wir haben eine neue Karte und zwar... Dieses hier für 14. Echt? Okay, was kann die? Wiederbelebigung von Teammitgliedern mit 50% KP. Okay, ich habe jetzt sogar gedacht 100%, weil 14 ist schon sehr viel, finde ich. Aber na gut. Da kriegen sie aber nochmal eine. Cool. Und zwar die hier. Alle Gegner leiden 90 Punkte Schaden. Yay. War das gar keine Glitzerkarte überhaupt? Ach, keine Ahnung. So, hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Also, hier ist, glaube ich, nichts Neues hinzugekommen. Warum denn auch? Da haben wir ja keine Missionen gemacht. Genau. Aber hier fehlen uns noch drei weitere Missionen. Okay. Also, es gibt insgesamt 68 Sternenmünzen wahrscheinlich, die man sammeln kann. Und zwar einmal das hier. Bombenstimmung. Mit Iggy, Wendy und Bowser. Genau. Dann das mit den Kanonenkugeln zurückschlagen auf Morden. Richtig. Und was war das hier? Äh, zerstöre ich die Kanone. Ah, okay. Das war das mit dem Zurücklaufen und die Kanone zerstören. Okay. Ähm. Ja, Missionen will ich jetzt aber gar nicht mal unbedingt machen. Ich will erstmal jetzt in der... Ich habe jetzt irgendwie Bock auf die Kampfarena. Und da jetzt noch einen weiteren Kampf machen. Vielleicht jetzt gar keinen neuen... Also, halb neuen mehr, sondern halt noch einen anderen nachholen. Oder hier im Minispiel können wir natürlich auch noch machen. Ja, muss ich noch... Also, wir haben jetzt schon noch einiges zu tun. Und neuer Kartonkoloss gibt es ja auch noch. Also, es werden jetzt schon noch ein paar Parts kommen, wo wir hier in der Kampfarena und auch ansonsten noch halt Nebenquests machen werden. Ähm. Und danach wird dann eben der Final Boss, wie gesagt, kommen. Es wird ja bestimmt auch noch hier so einen Boss-Marathon geben oder so, bin ich mir ziemlich sicher. Wir können mal gucken. Ja, okay. Karmek-Dews sind die letzten. Und hier ist dann wahrscheinlich noch ein Boss-Marathon oder so. Denke ich mal. Weil ich weiß mittlerweile auch schon, dass es einen Secret-Boss auch wieder hier in dem Spiel geben wird. Ich weiß aber noch nicht, zum Glück, wer das ist. Und ich bin schon sehr gespannt, wer es sein wird. Weil ihr habt alle geschrieben, dass der total cool sein wird. Und da freue ich mich schon drauf. Okay. Äh, ich würde sagen, das Karmek-Duel machen wir dann im nächsten oder übernächsten Part dann mal. 48 wird empfohlen. Das haben wir sogar fast. Deswegen, das sollte machbar sein. Wir machen jetzt mal den Kampf gegen König Buu, würde ich sagen. Und versuchen dort einen S-Rang zu bekommen. Ich werde jetzt mal meine Ausrüstung nicht ändern. Ich habe eigentlich noch schlechte Ausrüstung. Zum Beispiel den Glanzring, der mir gar nichts bringt. Äh, hier bei Bosskämpfen der Kampferin, aber trotzdem. Ja, komm schon. Aber die Attacke ist so fies, finde ich. Okay. Nicht springen, springen. Nicht springen, springen, springen. Okay, gut. Einmal Schaden genommen, aber ist noch okay. Ja, gut, mein Angus puß ist weg. Das ist natürlich ein bisschen schlecht dann doch. Ja, okay, ich habe das falsche Kampfkarten-Set. Ja, ist natürlich dann schon blöd. Irgendwie. Ja, ne, dann werde ich jetzt doch kurz fliehen. Weil das andere Kampfkarten-Set will ich dann doch schnell benutzen. Sonst will ich ganz kurz auswechseln. Und dann mit dem, mit meinem Kampfarena-Kampfkarten-Set. Das übrigens auch noch nicht perfekt ist. Da muss ich auch noch ein bisschen was anpassen, weil ich ja mittlerweile wieder ein paar neue Glitzerkarten hinzubekommen habe. Aber ich will trotzdem jetzt einfach mal erstmal das nehmen. Wechseln. Und wechseln. Das ist es genau. So, ja, das ist auch bei Weitem nicht perfekt auf jeden Fall. Aber ich nehme das jetzt trotzdem einfach mal. Und damit jetzt eben schnell bei Kündig Boku ein S-Rang bekommen. Das dürfte ganz gut machbar sein. Und dann eben im nächsten oder übernächsten Part oder so dann gegen die beiden Carmex. Und dann eben noch Minispiele nachholen und eben Kartonkoloss und so weiter und so fort. Also wie gesagt, schon noch einiges, was wir hier tun müssen. Okay. Okay, wieder genau dieselbe Reihenfolge wie gerade eben. Ist es immer dieselbe oder war es jetzt ein Zufall, dass es nochmal dieselbe war? Keine Ahnung. Okay. Geschafft. Gut. So, Angriffs-Pusht. Äh, äh, pusht. Angriffs-Push. Jetzt habe ich irgendwie Push und Boost gemischt und Push-T kam raus. Sehr interessant. Ähm, so. Also gegen einen einzelnen Gegner ist ja... Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Also der Meteorit ist ja gegen einen einzelnen Gegner auf jeden Fall nicht besser als der Drachen. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Shuriken gegen einen einzelnen Gegner besser ist als der Trio Drachen. Das müsste ich mal testen. Und das würde ich auch ganz gerne testen. Ich mache mal jetzt den Trio Drachen. Dann merken wir uns, wie viel Schaden das gemacht hat. Und danach werde ich dann, äh, auf jeden Fall mal noch einen Shuriken einsetzen. Weil den Shuriken können nämlich wirklich gegen einen einzelnen Gegner sogar stärker sein. Weil ich kann ihn ja sechsmal am Anfang treffen und dann noch ein weiteres Mal mit dem Mega-Angriff. Also der Meteorit ist nicht stärker. Der Meteorit ist halt gut, wenn man viele Gegner vor sich hat. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Shuriken-Angriff dann sogar besser ist. Müssen wir mal noch gucken. Bin schon gespannt, wie das dann da sein wird. Und nimm das. Oben machen wir 92 schon, wow. Und beim Aufschlag, kabam, machen wir 438. Es war auch kein toller Treffer dabei. Also insgesamt 500, schlag mich tot, 40 oder sowas. Bam. 530, okay. So, Verteidigungs-Von König Buri ist natürlich auch super. Okay, das müssen wir natürlich bedenken. Wenn ich dann damit angreife, dass eben er jetzt auch einen Verteidigungs-Vonus zusätzlich bekommen hat. Achso, nee, das wirkt nicht auf der Eier. Stimmt, okay. Ja, ich glaube, das ist mir jetzt schon mal aufgefallen. Genau. Auf König Buru kann ich keine Statusveränderungen auswirken. Was auch sehr interessant ist. Na gut. Das war ein Megahammer. Ähm. Warte mal, jetzt frage ich mich, geht der Megahammer überhaupt? Weil ich meine, das ist ja quasi zur Hälfte eine Sprungattacke. Also, das von Mario dann ist eine Sprungattacke. Das ist jetzt interessant. Geht der Megahammer auf stachlige Gegner? Also, ich meine, mit Luigi kann ich auf jeden Fall eben eine drüber kloppen. Das ist logisch. Aber kann ich da auch mit Mario auf ihn draufspringen? Ha. Das würde jetzt sehr interessant werden. Das weiß ich jetzt gar nicht. Also, aber können wir mal rumexperimentieren. Ich bin übrigens wieder kurz ruhig. Okay, passt. Und bam. 195. Wow. Geht's? Ne, es geht nichts. Okay. Also, ich kann einem stachligen Gegner Schaden machen, aber es ist nicht empfehlenswert. Und wieder ist mein Angesboost weg. Und toll. Es ist nicht empfehlenswert. Das ist sehr interessant. So, dann Schild auf jeden Fall. Setze ich gleich mal ein. Yay. Und dann machen wir am besten... Ja, Kanonenguck gestoßen ist besser. Gegen einen einzelnen Gegner haben wir gelernt. Deswegen, also, als der Tod sei lag. Deswegen mache ich auch dann Kanonenguck gestoßen. König Buu ist ja auch zum Glück ein großes Ziel. Deswegen sollte ich es dann, glaube ich, doch schaffen, ihn zu treffen, denke ich mal. So, los geht's. Okay. So, bitteschön, volle Breitseite gleich rein, Luigi. Wenn es geht. Und ich wäre fast drüber geflogen, aber es passt 234. Kann nicht mal so viel. Also, der Trio-Drachen hat mit Abstand am meisten gemacht. Aber, na gut. So, dann er darf, glaube ich. Ah, ne, stimmt. Er klaut ja Paper Mario. Das ist natürlich schlecht. Ich will natürlich eigentlich testen... Ah, ich hasse dich. Ich will ja eigentlich testen, wie es sich verhält mit dem Shuriken. Oh Gott, ey. Okay, nicht springen, zweimal springen. Nicht springen, zweimal springen. Ne, war's, glaube ich. Ja, ich hab mir was merken können. Unfassbar. So. Ja, äh... Pfff. Warum darf der zweimal angreifen? Spinnt der? Hallo? Ich bin doch sieben Level... Ja, nicht sieben Level. Ein paar Level auf jeden Fall über dem Empfohlenen. Jetzt hab ich's mir nicht so wirklich gemerkt, leider. Ich darf jetzt immer springen. Ah, ne. Am Ende nicht mehr. Verdammt. Okay. Hm. Aber ich kann mir nochmal einen neuen Schild machen. Äh, eine kann ich nicht, weil ich hab nicht mal genügend Sternpunkte dafür sogar. Ne, brech mal ab. Äh, ja, dann Luigi. Ich kann ja... Ja, da mach ich halt ein... Äh, Flatterkopter ist dann wahrscheinlich die beste Wahl. Ein Flatterkopter, das haben wir ja gelernt. Den kann man ja auf Stachlegegegner machen. Das geht schon. Und dann ist der hier wirklich sogar offenbar besser. Interessanterweise. Als, ähm, hier. Als der Megahammer. Was echt sehr interessant ist. Das ist wirklich nicht auf Stachlegegegner... Also nicht wirklich gut zumindest geht. Also ich kann ihm Schaden machen, aber es macht keinen Sinn. Weil ich danach halt mit Mario nicht mehr abgehen kann, leider. Naja. Wie viel macht der nämlich? Der macht... Okay, der macht sogar weniger. Ja, obwohl... Okay, der Megahammer war aber auch ein toller Treffer vorhin. Das muss man auch hinzusagen. Na gut. Okay. So. Ja, ich weiß. Bla bla. Ja, ja, ist okay. Ja, ist okay. Ich hab's verstanden. So, Geschwindigkeit erhöhen wir mal. Das ist auch nicht schlecht. Für nur einen Sternpunkt, Wahnsinn. Das ist sehr cool. So. Und dann... Ähm, jetzt muss ich überlegen. Will ich, glaube ich, einen... Ich meine, das Problem ist ja, der Buhu hat ja wieder ein paar Kopien. Und ich muss die ja alle auf einmal. Äh, also ich muss den mit einer einzigen Attacke besiegen. Ansonsten wird der böse und das will ich natürlich nicht. Deswegen, ich mach einen Raketenabschuss, weil ich mit dem den am besten treffen kann. Denk ich mal. Ich hoffe, ich krieg den hin, weil ich hab ja irgendwie in letzter Zeit Probleme mit dem Raketenabschuss aus irgendwelchen Gründen. Obwohl es die einfachste Attacke ever ist, so ungefähr. Äh, ich hoffe, ich krieg den jetzt hin. Das wär sonst ein bisschen blöd. Okay, passt. Sehr gut. Und... Bam! Yay! Ist er geschafft. Getötet. Und Paper Mario ist wieder da. Ah, ist auch schon böse. Gut. Darf Paper Mario auch gleich angreifen, bitte? Natürlich nicht. Okay, aber der Angriff war machbar. Der war machbar. Okay, also erst versuchen die Bohus ein bisschen wegzuklatschen und die Wand zu zerstören, die die hier bilden. Und dann im richtigen Moment in die Fresse den Bumerang reinschneiden. Am besten die in der Mitte hier alle wegmachen, weil die natürlich am meisten im Wegsand sein werden. Okay, jetzt warte ich mal. Und... Jetzt. Okay. Puh. Und nimm das. Bam! Okay, 80 Schaden. Setz dafür aber, glaube ich, Paper Mario dran. Das Problem ist natürlich, dass jetzt eben die Werte von uns ein bisschen anders sind. Denn, okay, Angriffspush haben noch Mario und Luigi, aber Paper Mario nicht mehr. Aber dafür hat Mario seinen Effekt von den Volltrefferhandschuhen nicht mehr. Das ist auch sehr interessant. So, ich setze übrigens mal die Karte hier schnell ein. So, für nur 3 Sternpunkte. Auch sehr cool. Ähm... Ich habe jetzt mit Paper Mario den Rang ausgewählt, dass ich jetzt kopieren darf und danach gleich nochmal darf. Das können wir jetzt auch gleich mal schnell testen. Ich habe jetzt irgendwie Angst, dass ich jetzt meine Runde hergebe, aber dürfte ich eigentlich nicht, oder? Ich darf nochmal, ja. Das ist sehr cool auf jeden Fall. So, dann jetzt den Trio Schuriken. Und wir merken uns, wir haben vorher mit dem Trio dran 530 Schaden gemacht, was wirklich extrem vieles übrigens. Will ich nochmal anmerken. Und wie viel Schaden machen wir jetzt? Achso, ich mache wieder auf einzelne Schnipsel. Achso, okay. Das ist interessant. Ja, okay. Das wäre beim Trio Meteoriten wären es ja auch einzelne Schnipsel gewesen. Aber da fällt mir gerade auf, vielleicht wäre dann deswegen doch der... Er stimmt. Das habe ich nicht bedacht. Ja, nee, das ist richtig bei... Ja, nee, okay. Ich habe nicht dran gedacht. Der Schuriken ist dann doch bei Bossen schlechter, deutlich sogar, als der Meteorit zum Beispiel auch. Oder halt auch als der Drachen auf jeden Fall. Weil... Ah, weil ich eben beim Meteoritenangriff dann jeden der Schnipsel halt gleichzeitig immer treffen kann. Und dann da schön viel Schaden machen kann. Wie viel war das jetzt? Der nur 358. Also, okay. Dann ist bei Bossen... Ich habe einen Denkfehler gehabt. Dann... Ich will übrigens mal dich hier... Ähm... Umdrehen. Und dich hier einsetzen, dass ich neue Kampfkarten ziehe. Dann ist es doch wirklich so, dass auf jeden Fall... Äh... Keine Ahnung. Umdrehen brauche ich nicht. Ich setze dich mal ein. Die andere drehe ich auch um. Äh... Dass bei Bossen dann schon der Meteorit oder auch der Drachen die bessere Wahl ist als Schurikenangriff. Das macht dann doch irgendwie... In deren Sicht mehr Sinn. Vielleicht ist dann doch der Meteorit... Ich weiß... Ich habe das eigentlich mal getestet. Und ich glaube, dass es mal so war, dass der Meteorit in etwa gleich viel Schaden gemacht hat wie ein Drachen gegen einen einzelnen Boss. Der auch in 4, 5, 6, 7, 8 oder so Schnipsel zerfällt. Die ich eben alle Einzelnen auch treffen kann. Ähm... Aber Problem ist halt, dass der Meteorit schwieriger ist grundsätzlich. Und... Äh... Dass er mehr kostet. Deswegen ist dann doch der Drachen, glaube ich, schon die sinnvollere Wahl. Und tschüss Paper Mario. War schön mit dir. So. Okay, der hat angeverkauft. Ja, den hasse ich auch. Den kann ich auch überhaupt nicht, leider. Okay. Ich hau... Ich laufe immer Gefahr, zu früh zuzuschlagen. Es ist ein bisschen länger immer, als ich denke. Ja, okay. Passt aber alles. Ah, der stimmt schon. Okay, durch den Konter gestorben. Gut. Ähm... Ich weiß nicht, ob das jetzt ein S-Rang sogar war. Weil das Problem ist, dass ich ja den Mega-Hammer nicht auf Exzellent geschafft habe. Das war sogar ja nicht mal ein Okay oder ein Gut oder Super. Das war gar nichts. Und wir wissen ja, dass das sehr, sehr tragisch ist hier für die Wertungen. Ach man, ich könnte kotzen. Und deswegen ist es auch sogar nur ein Aran geworden. Weil ich nur 85... Ich meine, die anderen Werte sind ja alle gut, ne. Also nur 5 Züge und nur 3 Angriffe erlitten. Das ist ein Unterschied zu 13 und 8. Aber der eine Mega-Hammer, wo ich halt rumexperimentiert habe, das waren halt nur 15% Fallen da weg. Und das reicht auch schon aus. Also das ist echt ein bisschen zu streng, finde ich, mit den Exzellent-Angriffen. Weil das nervt irgendwie. Dass man die da immer perfekt hinbekommen muss. Und ansonsten man sich schon den S-Rang abschminken kann. Das finde ich echt ein bisschen sehr nervig, muss ich zugeben. Ähm... Ich werde, glaube ich, jetzt sogar... Äh... Ich mache... Ja, ich mache mal den Part wieder ein bisschen länger. Weil jetzt eh in dem Part nicht so viel passiert ist, ehrlich gesagt. Äh, deswegen mache ich mal den Part ein bisschen länger. Und wir machen den Kampf einfach nochmal gleich. Und jetzt werde ich auf jeden Fall... Mich... Ah, fuck ey. Ja, mich besser anstellen. Ich kann einfach drüber springen, das ist witzig. Jetzt werde ich mich auf jeden Fall besser anstellen, hoffe ich. Äh, ich habe jetzt aber keine Ahnung mehr, wie es war. Okay. Gut. Jetzt werde ich mich hoffentlich ein bisschen besser anstellen. Äh, weil ich jetzt eben auch besser weiß, wie ich die ganzen Attacken... von Paper Mario zum Beispiel einsetzen muss. Aber ich kriege keine so guten Karten, leider. Äh, warte mal... Warte mal, welche habe ich jetzt gerade umgedreht mit den neuen Karten ziehen? War das die? Ah, ne, ja, ne, das war die mit der Zeit, glaube ich. Na, ja, okay. Ähm, auf jeden Fall. Ich kann es nochmal kurz testen. Und nochmal kurz den Meteorit dann doch machen. Der kostet jetzt auch nur noch 8, deswegen ist es okay. Jetzt das letzte Mal nochmal testen und schauen, wie viel Schaden jetzt der macht. Also, wir merken uns natürlich, dass es ziemlich sicher weniger als 530 sein wird, weil ich eben jetzt gerade meine Angrechtskarte nicht habe, die ich ja, äh, gerade eben schon direkt am Anfang gezogen habe. Und das habe ich jetzt eben hier nicht. Aber ich meine, ich mache jedem einzelnen Schnipsel 11 Schaden. Und das ist natürlich schon viel, das ist klar. Den einen da oben treffe ich jetzt nicht. Ja, jetzt treffe ich ein paar nicht. Ja, ein paar haben überlebt. Das ist eben das Schwierige hier. Was machst du denn da? An der Attacke, dass sie halt nicht immer so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Weil ein paar Schnipsel halt einfach ein Eigenleben irgendwie haben. Und nicht das tun, was ich eigentlich gerne von ihnen wollen würde. Mann ey, ich hasse euch. Geh in die Mitte. Okay, gut passt. Und bam. Okay. So, 530. Mehr oder weniger? Also, es wird auf jeden Fall weniger sein. Wie gesagt, aber wie viel weniger ist es? Wir schauen mal. Das war... Ach, 714. Und das, obwohl wir keinen Angriffsboost hatten. Okay, wieder was gelernt. Zum Glück habe ich es ausprobiert. Das ist definitiv so. Auf jeden Fall haben wir jetzt deutlichst gesehen, dass der Meteorit gegen Bosse besser ist als der Drachen. Und zwar um einiges. Weil, wie gesagt, wir hatten keinen Angriffsboost. Und trotzdem war es mehr Schaden. Und obwohl ich in der zweiten Runde bei Luigi und auch bei Mario ein paar der Schnipsel gar nicht getroffen habe. Ja, sehr interessant. Na gut. So, dann Flutterkopter. Volles Rohr. Also, ich will natürlich jetzt am liebsten eigentlich meine ganzen coolen Karten bekommen. Sprich, also Geschwindigkeitsplus wäre ganz... Also, am besten wäre es eigentlich erstmal, wenn ich die Kampfkarte bekommen würde, wo ich drei weitere ziehen kann. Die ist nämlich echt cool sogar eigentlich. Ich hoffe, dass ich davon auch mal die Glitzerversion bekomme. Die habe ich, glaube ich, noch nicht. Oder? Ich glaube nicht. Ist ja ganz cool, weil dann kann ich da vielleicht für noch weniger Sternpunkte dann welche ziehen. Also, drei weitere. Das wäre schon ganz nützlich auf jeden Fall. Definitiv. Mit dir machen wir wieder einen Kanonengeschuss. Und dann würde ich am liebsten halt meinen Angriffspush bekommen und meinen Geschwindigkeitspush. Das Problem ist halt, dass eben die Verteidigung ist Minus für den Gegner. Eigentlich schon auch ganz cool ist, aber das wirkt halt aufgöhnlich. Leider nicht, was ein bisschen ärgerlich ist. Aber ist nun mal so. Das heißt, die paar Attacken von Mario und Luigi machen wirklich im Vergleich zu Paper Mario quasi gar keinen Schaden. Ist schon echt heftig. Und der ist schon blühtend. Sehr gut. Okay. Ja, tschüss Paper Mario. Es tut mir leid. Aber ich brauche den auf jeden Fall dann wieder, den Kollegen, weil der ist unser wichtigster Mitspieler hier, weil der eben 700 Schaden machen kann mit einer Attacke, was natürlich schon sehr extrem ist. Und das eben ohne Angriffsboost. Das ist schon heftig, finde ich. Aber auch, also eigentlich die Attacke ist auf jeden Fall die mir liebste, weil das war nicht so einfach, aber die geht schon so irgendwie und ich kann ihm halt richtig viel Konterschaden machen. Das ist halt auch ganz cool auf jeden Fall. So, da ist er wieder. Und ja, ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, ich weiß. So, und? Doch, Mann, ey, ich hasse dich. Okay, dreimal unten. Jetzt mal oben. Und unten. Und unten. Und oben. Oh Gott. Äh, zweimal unten. Einmal oben und dann immer unten. Okay. So, Luigi darf. Ich kriege nur meine Schildkarten, ey. Das ist echt heftig. Aber ich habe immer noch mein Schild aufgethalten, glaube ich. So. Ähm. Jetzt ist die Frage. Ich glaube, ich mache am besten einen Megahammer sogar auf dem Papier-Buru. Das ist jetzt am sinnvollsten, weil ich weiß nicht, ob ein Muschelburger vielleicht sogar nicht ganz ausreichen würde. Also eigentlich müsste er es schon, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ein Megahammer reicht definitiv aus. Und den normalen Buru kann ich ja auch. Auf den kann ich ja drauf springen. Und ich kann sogar, das ist ja auch das Gute, ich kann ja sogar Buru, also König-Buru, auch noch ein bisschen extra Schaden machen. Mit der Attacke, deswegen ist es schon keine verkehrte Idee, denke ich. So, okay. Tut mir leid, ich muss da immer ein bisschen ruhig sein bei der Attacke, weil die ist echt nicht einfach, finde ich. So, bam. Und bam. Und bam. Und bam. Ja, der ist schon längst gestorben. Boah, das ist mega viel Schaden. 1000 Schaden. Oh mein Gott. Ja, die Attacke ist schon auch ziemlich heftig irgendwie. Okay. Und da ist er wieder. Ja, unsere MVP hier. So. Dann Geschwindigkeitsboost, ja, auf jeden Fall. Die anderen Karten drehe ich mal nicht, obwohl ich kann eine der Schildkarten vielleicht mal umdrehen. Die linke hier, die schlechtere. So. Dann Mario wieder mal mit einem Kanon gestoßen. Und wenn ich jetzt dann gleich mit Paper Mario nochmal einen Meteoriten machen werde, dann wird es vielleicht sogar schon ausreichen, um König-Buru dann den, ja, den Garaus zu machen. Weil nochmal 700 Schaden würde sogar, glaube ich, nicht mal überleben. Und dann haben wir hier aber definitiv einen S-Rang bekommen. Ah, fuck, ey. Nein. Nein. Nein, nur ein Super. Das wird wieder alles versauen. Das versaut wieder alles. Ach, das, Mann, das regt mich so auf, dass ich ja immer ein Exzellent bekomme. Das wird jetzt wieder, das wird wieder auf gar keinen Fall ein S-Rang werden. Boah, ich könnte so kotzen. Das Problem ist ja auch, dass ich ja die Kampf-Arena-Bosskämpfe, kann ich mal bitte treffen, die Kampf-Arena-Bosskämpfe hier nicht Off-Screen machen will, wenn ich dann einen S-Rang bekomme. Aber das will ich ja gemeinsam mit euch machen. Das ist aber ein bisschen blöd jetzt irgendwie, weil ich hier das immer verkacke und halt immer irgendeine Paar-Attacke nicht funktioniert. Und ich dann nur einen Super bekomme oder noch schlechter und dann kriege ich halt keinen S-Rang mehr. Ja, das ist echt blöd. Also ein bisschen toleranter hätten die da schon sein können, finde ich. Ja, jetzt stirbt er natürlich beim Konter, ne. Und die letzte, das gibt's nicht, das letzte blöde Kanonenguck gestoßen, ne. Das, ach, das, ich, ach man ey, ich will, ich will gar nicht hinsehen. Aber ich mein, bei Papier-Mutantorania war's genauso, da war auch alles perfekt und, ja. Ey, leck mich am Arsch-Spiel, ehrlich, leck mich am Arsch. Ah, komm, 80%, nur 1, 1, 4 nur. Ja, ne, jetzt hab ich keinen Bock mehr. Okay, Leute, das war's für diesen Part. Ach man, ey, von Let's Play Mario und Luigi Paper Joint Bros, ich kann mich schon wieder so aufregen. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gefallen hat, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffe ich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann hier in der Kampfarena oder auch vielleicht bei Missionen weitergehen wird. Auf jeden Fall irgendwie bei Nebenquests. Und noch eine Sache. Ähm, bis zum nächsten Mal werde ich dann, deswegen wollte ich eben auch noch am Anfang des Parts unbedingt mit euch gemeinsam, äh, das Level aber erreichen. Und eben den letzten Rangaufstieg, dass wir den noch gemeinsam sehen. Bis zum nächsten Mal werde ich nämlich, äh, ein, wahrscheinlich sehr viel höheres Level haben, als ich jetzt jetzt gerade habe. Ich hab ja gerade, können wir nochmal kurz das angucken. Äh, 46 mit Mario und auch mit Luigi und auch mit Paper Mario. Ich werde dann wahrscheinlich ein etwas höheres haben, denn ich werde bis zum nächsten Mal einige, 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 vielleicht sogar alle, aber auf jeden Fall einige, von den, äh, Glitzer-Kampfkarten, äh, gefarmt haben. Da fehlen ja uns, wie gesagt, immer noch, ähm, 80 Kampfkarten, 82 Kampfkarten. Und da sind halt auch einige Glitzerne noch dabei. Und da werde ich auf jeden Fall dann bis zum nächsten Mal ein paar von denen farmen. Und die kriege ich halt am besten von Glitzer-Gegnern, wenn ich eben den Glanzring auch habe. Ich werde, ich werde am besten, ich hab mir da schon so eine Farmstelle so ein bisschen überlegt, hier in der Ebenbild-Ebene ein bisschen rumlaufen, weil da gibt es sowohl Papier-Bob-Oms, als auch Papier-Paragumbas. Und, ähm, da gibt es halt sehr wahrscheinlich, dass dann die auch in glitzernder Version vorkommen, dass ich dann eben viele, äh, Kampfkarten, viele Glitzer-Kampfkarten da auf jeden Fall abstauben kann. Ich denke mal, das ist keine verkehrte Idee. Und deswegen werde ich eben, weil der Glitzer-Gegner auch ziemlich starke Gegner oftmals sind, dann wahrscheinlich ein sehr viel höheres Level haben, als ich jetzt gerade habe. Also ich werde dann einige Level-Ups auch komplett off-screen haben, ohne euch das zu zeigen. Deswegen wollte ich eben mal unbedingt am Anfang des Parts noch das, äh, nächste Level-Up jetzt eben gemeinsam mit euch erreichen, weil da eben noch ein Rangaufstieg kam, aber jetzt gibt es ja nichts Besonderes mehr bei den Level-Ups. Ich werde halt dann plus eins immer kriegen und das war es auch schon. Deswegen, das soll dann, denke ich, ganz okay sein. Bis zum nächsten Mal werde ich dann eben viel, viel mehr Glitzer-Kampfkarten haben und mir dann übrigens auch ein besseres Set zusammenstellen, ein besseres Kampfkarten-Set, um dann hier besser gegen die ganzen Bosse noch vorgehen zu können. Okay? Gut. So, also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.